Hängen wir mit dem echten Pferd auf? Vicky? Ja. Also Boris, erklär mal deinen Plan. Also, wir laufen den Hügel drauf. Der Hügel ist etwa 500 Meter lang. Es ist Schnee und wir haben ein Brett hier. Zeig mal ein Brett. Ein riesen Brett. Wir sind zwei, vier, sechs, sieben Personen. Wir sind sieben Personen stehen auf das Brett. Wir hocken auf das Brett und rutschen den Hügel drauf. Es gibt keine Bremse. Bremse heisst abspringen. Dankeschön. Interview got to eat the rocker. Also, brav.